Göpel Elektronik, ein Unternehmen im Technologiestandort Jena. Das heutige Jena bietet eine interessante Mischung aus intellektueller Historie, innovativer und weltweit erfolgreicher Forschung und Wirtschaft sowie jungem studentischem Leben. Seit mehr als 150 Jahren ist Jena die Wiege für führende Technologien und Innovationen, besonders in den Bereichen Optik und Feinmechanik. Dies ist vor allem dem Dreigestirn Karl Zeiss, Ernst Abbe und Otto Schott zu verdanken, die durch ihre Erfindungen und die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft Jena zu einem Zentrum der Präzisionsindustrie machten. Diese effektive Kooperation zwischen Forschung und Wirtschaftsunternehmen hat sich bis heute fortgesetzt. Aus dem ehemaligen Zeiss-Kombinat sind nach dessen Umstrukturierung moderne und international erfolgreiche Unternehmen hervorgegangen, von denen sich viele im Gewerbegebiet Jena-Göschwitz ansiedelten. Eines dieser Unternehmen ist die Göpel Elektronik GmbH. 1991 gegründet, ist Göpel Elektronik heute ein weltweit agierender und führender Anbieter leistungsstarker Mess- und Prüftechnik für elektronische Baugruppen und Kfz-Elektronik. Wie kaum ein anderes Unternehmen vereint Göpel Elektronik Tradition, Innovation und Dynamik und hat sich so innerhalb kurzer Zeit zu einem global angesehenen mittelständischen Unternehmen mit weit über 100 Angestellten entwickelt. Hier bei Göpel Elektronik setzen wir auf die Motivation und Innovationskraft der Mitarbeiter. Das erreichen wir durch ein Maximum an Übertragung von Eigenverantwortung und auch dadurch, indem wir das Ganze in einem sozial guten Umfeld gestalten. Göpel Elektronik bietet innovative Lösungen aus den Geschäftsbereichen Boundary Scan, Automotive Test sowie automatische optische Inspektion und digitale Bildverarbeitung. Boundary Scan ist eine revolutionäre Technologie mit vielen aufregenden Möglichkeiten zum Testen, Verifizieren und Programmieren komplexer Baugruppen. In der Schaltung spürt sie den Fehlerort auf, setzt tausende Testpunkte und benötigt dafür nur vier Leitungen. Neben der Kernlogik und den Anschlusspins des ICs verfügt ein Schaltkreis über zusätzliche Logik in Form von Boundary Scan Zellen. Über diese Zellen hat man unbegrenzten Zugriff auf die physikalischen Pins des Schaltkreises. Boundary Scan lässt sich einfach und universell adaptieren und ist über den gesamten Produktlebenszyklus einsetzbar. Als führender Lieferant von Intelligent Solution for Extended JTEC Boundary Scan bietet Göpel Elektronik nicht nur einzelne Boundary Scan Lösungen an, sondern ist auch Systemintegrator für die Kombination dieser innovativen Technologie in AOI-Systeme, Flying Prober, In-Circuit-Tester oder Funktionstestsysteme. Dabei arbeitet das Unternehmen eng mit allen führenden Herstellern zusammen. Göpel Elektronik bietet die umfangreichste Palette an Boundary Scan Hardware Lösungen an. Allen voran die revolutionäre Hardware Plattform ScanFlex, die in puncto Modularität, Flexibilität und Leistungsfähigkeit konkurrenzlos ist. Im Softwarebereich bietet Göpel Elektronik die weltweit führende Boundary Scan Entwicklungsumgebung System CASCON mit mehr als 35 vollständig integrierten Werkzeugen zum Testen und Verifizieren von komplexen Baugruppen an. Göpel Elektronik ist einer der Pioniere auf dem Gebiet des Boundary Scan und hat einen maßgeblichen Anteil an der weltweiten Akzeptanz dieses Standards. Heute gehört unser Unternehmen aufgrund seiner hohen Produktinnovation und der strikten Orientierung an Kundenwünschen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet. Optimaler Kunden- und Produktsupport haben höchste Priorität. Göpel Elektronik, Berger, hallo! So sichern weltweit über 300 Spezialisten die lokale Verfügbarkeit der Produkte und den begleitenden Service für mehrere tausend Systeminstallationen. Göpel Elektronik entwickelt und fertigt anwenderspezifische Mess- und Prüftechnik für den Einsatz in der Automobilindustrie. Von Standalone-Kommunikationscontrollern für Kfz-Elektronik bis hin zu hochkomplexen Funktionstestsystemen reicht die umfangreiche Palette an Produkten und Engineeringleistungen. Die Firma Göpel Elektronik hat sich in den zurückliegenden mehr als zehn Jahren auf den Test automobil-elektronischer Komponenten spezialisiert und auf diesem Gebiet ein Know-how erworben, das von einem sehr breiten Kundenkreis weltweit anerkannt wird. Testlösungen von Göpel Elektronik zeichnen sich durch eine hohe Flexibilität in Soft- und Hardware gegenüber wechselnden Prüfaufgaben aus. Die Produktlinien umfassen CAN, LIN, FlexRay und MOS-Controller, Funktions- und Run-In-Tester, Diagnosetools und mobile Messsysteme bis hin zu einem breiten Portfolio an PXI, PCI und USB-Modulen. Vor allem im entwicklungsbegleitenden und End-of-Line-Testbereich bietet Göpel Elektronik Lösungen an, die direkt auf die Bedürfnisse und technischen Anforderungen der Anwender zugeschnitten sind und oftmals mit ihnen gemeinsam entwickelt werden. Beispiele für Sonderkonfigurationen sind Sitztest- und Netzwerktestsysteme. Die Automotive Test Solutions von Göpel Elektronik finden weltweit Anwendung bei Automobilherstellern und deren Zulieferern. Seit 1992 entwickelt und fertigt Göpel Elektronik Systeme für die automatische optische Inspektion von Flachbaugruppen in der Elektronikfertigung. Dazu zählen die AOI-Systeme der Optikon-Familie sowie die lernfähigen optischen Inspektionssysteme der Tom-Line. Die Lösungen werden permanent optimiert und den wechselnden Bedürfnissen der Anwender angepasst. Ausgefeilte Kamera-, Optik- und Beleuchtungskonzepte haben den optischen Inspektionssystemen aus dem Hause Göpel Elektronik international zu hohem Ansehen verholfen. Heute gehören die Optikon- und Tom-Systeme zu den weltweit führenden. Bei der permanenten Weiterentwicklung unserer AOI-Systeme bauen wir gezielt auf das hier in jener vorhandene optische Know-how sowie den Einsatz von Hightech-Komponenten. Die Systeme der Optikon-Familie werden für die AOI an verschiedenen Stellen des Fertigungsprozesses eingesetzt. Je nach Applikation können sie als Inline-, Standalone- oder Desktop-Lösung genutzt werden. Göpel Elektronik ist heute ein erfolgreiches Unternehmen mit Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA. Durch ein umfassendes Distributionsnetzwerk wird die internationale Präsenz des Technologieführers sichergestellt. Die Mess- und Prüftechniklösungen von Göpel Elektronik werden in verschiedensten Industriezweigen eingesetzt. In der Telekommunikation, Haushaltselektronik, Verkehrstechnik, Computertechnik, im Bereich Veranstaltungsequipment, in der Luft- und Raumfahrt, der Unterhaltungselektronik und bei Infotainment-Systemen. Die Kunden und Partner des Unternehmens aus Jena sind global agierende und erfolgreiche Firmen. Wir sind stolz darauf, dass die Innovationen von Göpel Elektronik auch international gewürdigt werden. So ist es uns zum Beispiel gelungen, drei Jahre hintereinander den begehrten Preis best den Testerwart für unsere Produkte des Gebietes Boundariescan und Aoi zu erreichen. Ohne das sheinge, 5. Ok, seit 20.